Matrix Kopfrotenposen Range In den letzten drei Jahren haben wir zusammen mit unserem Beraterteam unermüdlich daran gearbeitet, dass unserer Meinung nach umfassendstes Sortiment an Kopfrotenposen für die Angelei an Commercials zu entwickeln. Diese Posen werden nach den höchsten Anforderungen aus strapazierfähigem Rohazellmaterial hergestellt. Schaut sie euch an und überzeugt euch selbst von der Qualität. Hergestellt nach höchsten Anforderungen aus strapazierfähigem Rohazell-Schaumstoff. Robuste Posen, die den Belastungen der Angelei an Commercials gerecht werden. Das Sortiment umfasst Posen mit Kielen aus Carbon, Glasfaser und Draht. Hohle Antennen von 1,5 mm bis 2,5 mm Dicke. Hybrid-Schnurführungen für die stärkeren Karpfen-Modelle. Zwölf Posen im Sortiment, die alle Anforderungen der Angelei an Commercials abdecken. Karpfen- und F1-Varianten für das Schello-Angeln, das Fischen im flachen Wasser. Mini-Schnurführungen an den Finesse-Modellen. Besondere Modelle für die Marchen und Mud-Line. Beliebte schlanke Formen für große Variabilität. Deutlich erkennbare Beschriftung mit Angaben zu Gewicht und Modellvariante. Erhältlich in den Größen 0,1 g bis 0,75 g.